Ui, wir haben eine neue Bestia und sie heißt Yfrid. Yeah. Und da waren es schon zwei. Aber wir können auch hier in die Räume rein. Hallo, gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Ich glaub nicht. Beim nächsten Turnier wird hoffentlich die Mannschaft das Kedika gewinnen. So kann die von Sinnen gepeinigte Bevölkerung etwas Mut schöpfen. Dies ist der Tempel des Feuers. Selbst in den Hallen der Prüfung schießen Flammen hervor. Wenn jemand die Ordnung bricht und unbefugt die Hallen betritt, wird er sein Leben lassen. Ähää, ich lebe. Das ist gut. So, und hier? Oh, Kinder. Ich habe einmal die Regeln gebrochen und bin in die Hallen der Prüfung. Die Priester haben mich geschnappt und mich ausgeschimpft. Ja, das glaub ich. Das glaub ich. Gut, eigentlich können wir jetzt unsere Reise fortsetzen, oder? Gut, eigentlich besser? Gut. 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 Ich dachte, dass ich meine Gefühle für Zanarkin hinter mir pute. Aber sie waren da, und sie wurden in mir größer und größer, bis ich bereit war. Ich bin bereit, um zu spüren. Bist du okay? Ich... ich weiß nicht. Was willst du machen? Ja, manchmal braucht man das, ne? Alles klar, jetzt sind wir wieder im Kilika-Hain. Ja, eigentlich eine gute Möglichkeit noch mal kurz zu trainieren. Aber, naja, ich denke, wir haben sowieso genug trainiert. Du verteidigst mal, und du auch, und du machst die Schwarzmagie mit Wasser. Au, na toll. So, mal sehen, ob er ihn trifft. Natürlich habe ich dich vermisst. Jetzt kriegen alle Erfahrungspunkte außer Waka. Aber, naja. Ist ja halb so wild. Ich geh mal unten lang. So, nur noch hier runter, und dann sind wir ja wieder zurück. Und ich glaube, ich speichere einmal kurz. So, weiter geht's. So, ich glaube, wir müssen wieder das Schiff nehmen, ne? Hat sie jetzt eigentlich... War das überhaupt der Laden? Ne, das war nicht der Laden, ne? Ach, ich bin schon wieder verwirrt. Das war der Speicherpunkt. Ach, die Musik ist so toll. Die Musik wurde ja auch ein bisschen verfeinert und geremixt. Echt klasse. Hier war der Laden. Hättest du jetzt was? Du hast meine Schwester gerettet... Ja. Hatten wir das nicht schon? Ja, hatten wir schon. Okay. Dann auf zum Schiff. Ja, ich... Hm, was soll ich noch hier, ne? Ja, nach Luca! Ja, nach Luca! So, Leute, viel Erfolg beim Wiederaufbau. Da ist eine Kiste! Seht ihr das? Mist. Ich glaube, da war eine Kiste. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir fahren also diesmal bei Nacht. Na, hoffentlich kommt es denn nicht wieder, ne? Hm. 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 So, ich würde sagen, einfach mal... Obwohl, da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen schon wieder. Hm. Natürlich sehe ich das erst, wenn ich rausgehe. Ist doch klar. Nochmal zurück. Oh, Donna ist auch an Bord. Da ist die Kiste. Mit einer High Potion. Sehr schön. Hey, Donna. Ja, ja, ist... Okay. Ist okay. Hier gibt es jetzt aber nichts zu finden, ne? Außer Chocoboos. So, und hier ist wieder Owaka. Der, was weiß ich wie, fehlte. Okay. Okay. Ich sollte hier nochmal speichern. Denn hier auf dem Schiff kann man etwas machen, was man auch gut verkacken kann. Und das wollen wir mal nicht riskieren. Äh. Nehmen wir den Speicherstand. So. Also erstmal raus. Und hier müsste jetzt etwas liegen. Da ist es. Albert Lexikon Band 5. A ist gleich E. Tidus ist nun ein Albert-Eviacan. Mhm. Ne? Damit uns nicht das gleiche Schicksal wie die C. Sleaky ereilt, halten wir alle Augen offen. Wenn du auch nur das S von Sin sichten solltest, sage sofort Bescheid. Ja, aber wenn Sin angreift, greift er an. Also... Das ist ein Riesenteil. Gut, hier liegt nämlich ein Ball. Ball, Ball, Ball. Ne, geht jetzt gerade noch nicht. Aber gleich bestimmt. Dann rede ich vielleicht erstmal mit Yuna. Hallo, Perspektive. Sei mal nicht so arschig. Hey. Hey. Ich bin ein Mensch, der Zanarkind Abes. Ja, als ob jemand in die Ruins lebte. Das ist keine Ruins. Es gibt eine große Stadt. Es gibt einen. Ich bin zu nahe nach Sin, und... Es gibt eine Stadt, wirklich. Schmeiß sie über Bord. Los. Selber Idioten. Überhebliches Dreckspack. Hey, Juni. Hm. I do believe your Zanarkind exists. I really do, you know? How come? Sir Jekt used to always tell me stories. It'd be great to see your home someday. I'd love to go there. Yeah. So, Juni, wanna come over to my place? Hm. Right. Sure. As if I had a place to show her. Ach, Mann. Huch. Hier wollte ich nicht hin. So, Ball. Habe ich jetzt das Vergnügen? Nein, noch nicht. Gleich erst. Doch. Dieses schnellen Bildwechsel und wie er dann einfach abhaut. Well, say something. You'll take responsibility. Relax. He's bound to know someone in Luca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him and be saved. What? What do you want me to do? You know wants to make him a guardian. Oh, yeah. Jeez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine? It is mine, huh? Vielleicht. Geht es jetzt? Och. Blöder Bildwechsel. Jetzt geht es. Alles klar. Konzentration. Oh. 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 Der Junge im Hintergrund, den kennen wir doch. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. So, Jacked Spezial. Sobald Tidus zum Jacked Spezial ansetzt, wird er von Kindheitserinnerungen geplagt. Bis Tidus zum Schuss ansetzt, sollten so viele Erinnerungen wie möglich verscheucht werden, damit der Jacked Spezial gelingt. Okay, Erinnerungen, die von links oben erscheinen werden mit dem Steuerkreuz und Plus. Oh Gott, was ist denn heute wieder mit mir los? Und X gleichzeitig verscheucht. Zeit zum Ausprobieren. Und nun hat's geklappt. Jetzt geht's um die Wurst. Es gilt nun, gegen Jacked anzutreten. Sondern nun müssen die Erinnerungen wegdrücken. Ich kann das sehr wohl! Okay, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020